Alle Maschinen, die wir hier ausstellen, haben schon die neueste Abgasnorm, Tier 4 Feine. Hier die Besonderheit drin, wir haben eine neue Kabine. Wir haben auch schon Fahrer in der Kabine? Das heißt tatsächlich, die Fahrer sind bei der Gestaltung der Kabine mit dabei? Nicht nur dabei. Ich sage immer, mein Fahrer von heute macht meine Maschine von morgen. Alle Wünsche, die geäußert worden sind, sind mit aufgenommen worden und mit eingebracht worden. Zeigen Sie mir mal ein Beispiel. Was wäre denn so ein konkreter Wunsch? Zum Beispiel ist das, wie man so eine Maschine reinigen kann. Früher war das immer unmöglich, die vernünftig auszufegen. Wir haben heute alle Komponenten weiter auseinander gezogen. Wir haben alles flach gemacht und so kann man mit einem Handfeger komplett einmal in eine Runde gehen. Jedes Bezahl durchdacht sozusagen. Von dem Fahrer durchdacht. ull resteller Zurück 0 0 0 0 0 0